so ich möchte euch jetzt gerne etwas über das versteck erzählen das versteck ist das aller wichtigste worum sich das komplette endgame dreht aber auch während des levelings werde ich euch ein video machen in dem wir im versteck einmal unsere werkbank rausholen und dort unsere items verbessern mit resistenzen und leben das können wir auf unsere items nämlich drauf schmieden wie das genau geht das machen wir in einem anderen video wichtig ist aber einmal dass wir unser versteck bekommen und zwar die frage ist wo bin ich hier überhaupt und zwar ich bin hier in akt 2 und bin dann hier im waldlager hochgelaufen zu der kammer der sünden dann haben wir hier fidelitas getötet und dann gibt es hier so ein unheil scammen und dann gehen wir hier wieder zurück dann steht hier einmal helena die sollen wir an müssen wir anquatschen denn die gibt uns unser versteck ja dann gehen wir einmal raus und dann porten uns direkt wieder in die stadt helena steht oben im genau hier und dann sagt die wie sieht es aus welches versteck möchtest denn haben dann wählt ihr euch eins was schön aussieht ihr habt wahrscheinlich noch nicht so viele wie ich ich mache noch ein hideout guide wie ihr diese ganzen verstecke bekommt auf jeden fall eins auswählen und dann werdet ihr nämlich wenn ihr auf den wegpunkt dann geht könnt ihr immer das unterste ist euer versteck das ist dieser blaue punkt und da geht ihr einfach mit links klick mal drauf dann lädt das ganz kurz und dann sieht euer versteck ähnlich aus wie meins wahrscheinlich ein bisschen anders aber hier habt ihr dann eure truhe wo ihr auch sachen rausnehmen könnt eure gildentruhe wenn ihr in der gilde seid und hier habt ihr dann eure meister und hier auch noch mal eure werkbank und so weiter wie man das alles bekommt da werde ich auf jeden fall auch noch mal separate videos machen ihr müsst euch aber auf jeden fall erst mal in akt 2 dieses versteck holen weil sonst können wir dann auch später dann nichts drauf schmieden und so weiter deswegen ganz wichtiger punkt holt euch auf jeden fall euer eigenes versteck macht's gut bis zum nächsten guide